und damit herzlich willkommen zu einem weiteren angezoggt hier auf dem kanal wir schauen uns heute uns ein absolutes qualitätsspiel aus dem jahre 20 21 und zwar metro sim hustle und man sieht es vielleicht schon ein bisschen an der grafik es ist wieder vermutlich mal so eine asset zusammen klatschen immer dann halt für geld raus bringt und dann lässt man nämlich ruhen das spiel hat nämlich in dem anfangsjahr was rauskommen ist auch keine updates mehr bekommen also ein paar schon aber endet 20 21 war es das dann jetzt war es im sale für nicht ganz drei euro dachte ich ich hole mir diesmal und schauen sie es mal an man merkt auch schon am soundtrack im hintergrund das spiel hat die budget das ändert sich auch nicht so das bleibt die ganze zeit hier im menü ich hoffe im spiel haben wir dann andere musik ansonsten werde ich das ausmachen okay wir sind eigentlich metrophäer und lebenssimulation wo man poker spielen können und alles andere noch was ziemlich verrückt ist wir gehen einfach mal rein wir sagen jetzt mal new game und schauen uns mal was uns da so erwartet ja heading from the balcans where your interest in transportation was crushed by bad habits as a teenager you recently moved to a new city hopes making a fresh start although your aim to revive your interest in engineering the transition has not been without its challenges as you tackle a thick language barrier and lack of work experience leaving you with just the clothes on your back ja also ich glaube ich nehme jetzt mal hier denn in die waren sagen jemals start deutsch gibt es nicht hier ist die gleiche musik also was man halt musik nennen kann es ist also unser zu hause so wie es aussieht wo die frames die das ist schon mal der wahnsinn wir machen wir auf ok das ist unser inventar ok das tragen wir auch so wie es aussieht wir haben an dietrich warum auch immer und das da oben ist vermutlich unsere gesundheitsanzeige die überall das gleich an sich auch kann ich das radio ausmachen ok shower take a shower machen wir das doch einfach mal oder sieht man wahnsinnig viel alles klar toilette vermutlich das sind unglaubliche spiel animationen wahnsinn ja gibt es sowas wie questlock ja j q nö also guidance ist nicht okay da kann man sachen reintun plötzlich gehe ich hier mal raus mensch was ist das für ein loch wo wir hier drin wohnen you can save your game by returning to the direct building and using the mattress at any time open purchase cabinet for your residence ok also wird schlafen wird gespeichert new text message und wie mache ich die auf hallo inventar also tutorial ist der wahnsinn ok ok mit f flashlight aber wie kann ich jetzt die nachricht lesen ok bei controls gibt es da irgendwas mit call security wann brauche ich denn das suppress fire ok route panel cool passenger doors ok das ist dann für den zug und so inventory map a phone ist mit p ok okay das erklärt wird ach du scheiße was haben wir hier denn alles ok messaging unknown sender looking for extra cash i'm gonna open up the doors for a film called dr bluff the public tower between 17 18 uhr enough time to hack into the computer behind the reception desk and get me some files i better make sure you're paid Okay, das ist irgendwas Fischis, Missiges, Alex Park, okay, auch uninteressant, where the hell have you been, you haven't shut up to work for days, I do have been hanging out at that direct building, I'm blocking your senior license, we need train operators right now, but if you decide to come back, you will have to work your way back up, we will talk soon, okay, after Arbeit sinds happy mit uns, career, current lessons are departing, ach, das ist dann auch gleich das Tutorial hier drin, okay, also, wo geht's denn hier raus, Street, hier lang, oh, schon wieder neue Textmessage, The Club is a popular entertainment venue frequently, naja, okay, werden wir uns auch noch anschauen, beziehungsweise, vielleicht nicht, ich hab, das gefällt YouTube nicht so, Fragezeichen, Ladder, oder mal runter, was haben wir denn da unten, Aha, Underground Tunnels, komm ich da auch zum Metro, okay, sprinten geht, alles klar, ich kann hier einfach mal so reingehen, ich wollte doch eigentlich nur in die Metro fahren, okay, what the fuck, alles klar, was ist das hier für ein Kult hier, we may speak with each other once you have fulfilled all of your other quests, mhm, okay, also, jetzt fühle ich mich grad irgendwie wie, jetzt wäre ich im Baldur's Gate, im Billig, gut, also, irgendein Sektenführer ist hier unten, alles klar, wie komme ich jetzt eigentlich zu meiner Arbeit, das würde mich jetzt am meisten interessieren, jetzt hier wieder raus, hier, so, weg hier, Sidequests, ähm, ja, soweit klar, möchte ich dann extra Geld machen, aber wo ist die Arbeit, moin, also, die NPC-Modelle, die sind der Wahnsinn, das ist also die, Nachbarschaft hier, Arena, okay, I guess, das muss man kaufen, Enter, oh, nein, wir können einbrechen, alles klar, ja, das war's dann wohl, kein, idrisch mehr, ach, und die Polizei ist da gerade vorbeigelaufen, die sich nix dabei gedacht hat, können wir mit dem Auto fahren, nö, ah, Metro, Kellerhand Metro, I guess, wir laufen da einfach drüber, können wir ja überfahren werden, müssen wir es mal kurz ausprobieren, ja, okay, das funktioniert, ach, du Scheiße, das hat's auch noch Geld kostet, äh, naja, immerhin noch 100 Dollar, das geht ja noch, wo sind wir jetzt, guten Tag, noch mehr NPCs, oh, was ist gerade in Corners, Rush Airways, wo komme ich jetzt zur Metro, ja, da schaut's nach der Schnellstraße aus hier, okay, ich glaube, wir haben den Club gefunden, irgendwo hier in der Nähe, da ist Fernie, kein Eingang, alles klar, äh, Crosswalk-Button, oh, okay, schnell rüber, cool, nein, scheiße, die Metro ist auf der, ah, okay, nochmal drücken, dankeschön, so, vorne hier auch raus aus, hier sieht nicht so aus, okay, Metro, ah, I guess, Civic Line, okay, Metro Line, Hyper Line, okay, da braucht's dann unterschiedliche Lizenzen, wir gehen dann mal A, 40 Train, so, der ist absolut der Highlight, jetzt bin ich mal gespannt, oh, okay, wir können den Zug auch einfach wieder verlassen, Passengers, ready to depart, emergency brake, also Y, um die Bremse wegzumachen, hier gebe ich jetzt Gas, hallo, Tutorial, ich glaube, ich muss dann mal wieder im Handy nachschauen, weil das hier so gut erklärt wird, Career, departing to depart, lift the parking brake, and adjust your speed forward, aha, make sure to change your route panel setting, to the next station in sequence, the timer will begin shortly after you depart, route panel, score some extra cash by setting the route panel, set destination, aha, speed traps, das ist auch ein Ding, okay, um, frets, what the fuck, you may feel for terrorism fret level, prior to boarding the train, the terrorism fret level is a measure to anticipate the terrorist activity on the metro, and is updated on a daily basis, an alert will appear on your cap screen, if a suspected terrorist is at the station, use the phone on the left or the cap screen, to call security, to remove the terrorists before loading passengers, okay, das ist auch ein Thema, was erklärt, das sieht man noch nicht, wie ich hier losfahre, press fire, alarm cut, open doors, closed doors, aha, change the destination, ich weiß noch nicht mal, wo ich bin, naja, okay, sind es vielleicht die Pfeilhasten, ne, auch nicht, okay, schauen wir mal ganz kurz in die Controls hier rein, accelerate, M, brake, leer, warum M, ja, gut, ach, Domino Tower, next station, okay, das ist kein M, Max, ist ja gar nicht mal so schlecht, bis jetzt, press H, okay, 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 die Bremse ist relativ strikt, oh, die Metro ist faced with an ongoing security threats, ah, ja, okay, das war das, in the event of a fire, you can use the fire suppression button to extinguish the fire, aha, ja, also, Bremse feiner instellen, das ist halt nicht, okay, 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 sind wir jetzt da, das ist okay, doors open, one feet to stop, okay, ich glaube, wir müssen noch ein bisschen weiterfahren, stop zone, okay, car aufmachen, best just come rein, wie kann ich hier wieder zurückgehen, car expressway, ah, also immerhin, Ansagen mit dabei, gibt's schon mal einen Pluspunkt, ah, da ist schon die nächste Station, ja, also, es ist halt weit entfernt, von der Simulation, kann ich jetzt hier einfach aussteigen, ach, nee, da glaube ich, dann komme ich jetzt komplett raus, okay, ich dachte, ich hätte da jetzt, irgendwie in die Station aussteigen können, dann sind wir genau wieder da, wo wir angefangen haben, jetzt will ich aber eigentlich schon noch ein bisschen fahren, was soll mich das andere überhaupt, ne, über den Schiff, high passenger volume, na komm, aber nochmal, so, jetzt wissen wir ja, wie es geht, Parking Break, ich glaube, das war Y, okay, und eben, losfahren, so, Domino Tower, ja, der Dude steht schon mal nicht mehr wieder da, oder, Moin, okay, es ist, also, repeating hier, naja, schade, dass man die Bremse nicht irgendwie, sauberer einstellen kann, so, einsteigen, gut, Ich werde da irgendwo auch mal andere Züge sehen, ich meine, das ist jetzt bei dem Zeitpunkt ein bisschen schwer, aber, vielleicht wenn ich da zum Umpasst, sehr gut, eh, bleibst du stehen? Eh, was soll denn das? Also, man kann, wenn man zu lange drückt, auch wieder rückwärts fahren, gut to know, so, aufmachen, so, zumachen, ah, lecklau, war das jetzt ein Hinweis-Start-up, dass bei der nächsten Station was kommen wird? Okay, 50 ist erlaubt, da bremst du schon langsam, ne? Kann ich Security einfach so rufen? Alles klar, das habe ich jetzt verstanden, warum raucht ich das jetzt hier so? Soll das so? maximal 30, maximal 30, also ich hätte es mir ja echt ein bisschen schlimmer vorgestellt, oh, oh, warte mal, Fire Suppression System, warum fängt unser Zug einfach mal random zum Brennen an? Ich halte das ein bisschen fragewürdig, okay, nee, wir sollten vielleicht in der nächsten Zeit mal was essen und trinken, gemäß der Anzeige da oben. Steht's? Döööö. Nächste Station. Ja, die Station. Die Sinde sind alle gleich aus. Tuttle Timing 4,43 Retinier to Root Exit Das war schon Okay Ach und dann fängt es wieder von vorne an Ja Das ist eine ziemlich kurze Metro Na, steht da jemand? Ja Ach du Scheiße Hört da das Gleis auf? Ach da ist dann einfach mal die Baustelle Okay Klein completion bonus Ne Calibar Acht Dollar und Zehn Dollar Das Ist ja mal unglaublich viel Geld Oh ne doch ein bisschen mehr Total Earnings 68 Passenger First Root Setting Bonus Naja Immerhin Und wirklich so leitet einfach mal eins Okay 2.25 skill points remaining für B Alle klar So Okay Da wären wir wieder hier Wir haben ein Inventar Ich würde mal Gern das da mal Usen Oh das hat Das hat dafür gebracht Alle klar Hätten wir das Ja Ja Ist klar Okay Was kann man hier so ein schönes machen? Casino Achso Das ist ein Digital Casino Okay Machen wir einfach mal Ich glaube das meiste Geld Macht man hier mit dem Nebenspiel Okay Hätten wir das Casino gesehen Interesting Thruster Was haben wir hier? Äh Okay Einfach nur ein Schrittezähler Kann man machen Black Market Cannabis Seeds Achso Solche Sachen kann man auch machen Okay Alle klar Normales Casino Ist das Lockshell Casino? Das war ja lach Hm Das Stichwort Casino Wollen wir das wieder zumachen? Danke Karte M Ne ist nicht Lass uns mal schauen Was wir Ah doch da hinten ist Casino Mit kein Harl Z Einmal anhalten bitte Dankeschön Boah ich bin so schlecht und sowas So Enter Dann geht's Hygiene Das ist wichtig Aha Bis Lucky Wheel Das ist so High Quality Casino Hier Aha Da geht's wieder raus Lol Place your bets Äh Ähm Keine Ahnung Sag mal Die zwei Die 94 Und die 69 Ne Kann ich's wieder zurücknehmen Jetzt kann ich Knockout Oder machen wir die 80 M Machen wir mal den da Und die 16 Durch ganz außen und innen 30 Sekunden noch Sonst noch jemand mit von euch Ne Ja Okay So Yeah Drei Zwei Eins Ja Ausgerechnet Meine Pferde Sind Ne Kuh drauf Ja Wobei Ne Ah Er kommt Er kommt Er kommt Ne Schade Fünf Dollar Verloren Was haben wir hier Also Okay Kann ich auch hier einfach spielen Machen wir mal eins Ja Bad Run Okay Verloren War ja klar Ich bin Per sowas total schlecht High card Auf 8 Fold Hm Ja Okay Hätten wir das auch Jetzt bräuchte ich einen Yoshi Der ist bestimmt Besser als ich in sowas Machen wir nochmal das Glücksding hier Kann ich da einfach mal drehen 2500 Ja Ja Nö Gut Hätten wir es sehen Das ist Casino Kann man nach der Arbeit ein bisschen Spaß haben Uh Stores Ja Da sollten wir vielleicht mal hin Für Lebensmittel Boah ist das hier laut Cherry Store Unsere 2 Uhr 8 Ah Ferruki Wer kennt es nicht Oh da ist auch ein Metro Eingang Interessant Boah ich kann hier nicht mal einbrechen Wo ist denn jetzt hier so ein Store Gott sei Dank Kein Da gibt es mehrere Ah Party Location Objekt Interessant Space Space Travel Achso das ist eine Wohnung Okay Geht schon mal nicht Ah Is Sushi Hm Warum nicht Gehen wir mal da mal rein Bin zwar grundsätzlich Nicht so ein Sushi Fan Aber Diese Emotionen Okay Also Klaften hier so Ohne Pain Gass es mal Use my Rest Ja Ist das das Sushi Restaurant Ne Hier gibt es Schnitzel Ähm Ja Okay Äh Bye Was haben wir denn hier alles Was ist das Bottled Water 8 Dollar Bist du wahnsinnig Für Wasser 8 Dollar Gin 53 Wodka 53 Und Aus irgendwelchen Gründen Kann ich in einer Sushi Bar Einen Fernseher kaufen Ja Ja Ich Ich Kaff mal das da Und ich kaff jetzt mal das Wasser Auch wenn es arsch teuer ist Nutrition Hydration Ja alles klar Also Inventar Einmal Use Mal nochmal Und Use Ja ok Passt Add mir das Oh ich kann es hier wirklich benutzen Alles klar Ah Wieder die Info zum Blutpedal Unglaublich schwer Was gibt es denn sonst noch hier in dieser Stadt Oh Gott Moin Police Business Mehr Nebenquests hier Oh Geil da ist ne Arcade Wieso kann ich jetzt nicht mehr laufen Das ist ne nicht laufend so die hier Jetzt geht es wieder Ok Ah ok Das will ich sehen Ich war gerade vor kurzem neben so ein Spiegelmuseum drin Das war ziemlich witzig Das ist hier so Alles zu Das Ist die unglaub Uh Tiger Süß Was Hemen wir denn da Ach Das ist das mit dem Lichtstoppen hier Gleich Game 10 Tickets Oh Lass mich raten Ich brauch die Tickets Um Hier die Sachen zu kaufen Ne Tatsächlich nicht Aber auch da kann ich einfach mal Einen Stuhl kaufen Oder ein ganzes Sofa Ja Ok Das Kenne ich jetzt noch nicht Woundshot Play Passt das schon Achso Ich muss das anhalten Ok Jessie Cups Slam Ne Machen wir das da mal Ok In der Mitte Links Rechts Links Mitte Rechts Links Ja da In der Mitte Oh wow Aber ich würde sagen Er ist hier drin Ja wow Das Ok Aber immerhin 25 Tickets Was ist das hier Äh Dropball Ok Ja aber was mache ich jetzt Mit den Tickets Shop Ah Price Shop Büffis 2500 Das muss ich ja lang spielen Lol 10.000 Oh ich kann aber Snacks kaufen Ok 47 Hammer Averages Cola 100 Aha Glow Sticks Glow Sticks Ich glaube ich hätte so ein Glow Sticks Ja Alle klar Kann ich den nutzen Ja da Use Und kann sammeln Item Ja was mache ich damit Jetzt Hm Ok Keine Ahnung was ich damit anstellen kann Haben wir hier noch was Nö Also das ist die wahnsinnige Arcade mit 5 Spielen hier Schade Hätte mir ein bisschen mehr vorgestellt Ok Was gibt es denn noch so interessantes in der City hier Energy geht ein bisschen nach unten Von da unten sind wir gekommen Aber mal da runter Nichts ist das Meppel House Apartments Da kann man auch wieder Häuser kaufen Mit dieser Wohnungen Was haben wir noch mal nix drin Ist es der Furniture Shop Hier hinten Nochmal die Metro Ja gehen wir mal hier runter Gell Wastewater Treatment Warum sollte ich da reingehen wollen Aha Aha Kommen doch It's not safe for you And stop one of these arrears Just to consider A Genetic proximity Defense system What Warum Relationship Take no offenses to this My physical appearance My disease To supremacist Human brains Aha Ja Ja okay Pseudoroboter Kann ich hier irgendwas machen Ähm Da glaube ich geht es wieder raus Was haben wir denn hier Dora Enter Aha Wird das jetzt zum Horrorspiel Hier unten Ich möchte noch mal anmerken Das ist ein Metro Simulator Simulator Und Lebenssimulation Oh Okay Can't use something to eat Do we have anything to trade There are creatures below the surface Of the city That you may have only ever seen In your imagination But We are not as unfriendly As hostile As common myths Would need to believe Okay Ähm Lol Bodyguard Bodyguard Okay All right Just to get a hell of my way I'm sick of people standing in my way Okay Das muss ich jetzt mal machen Okay Schade Ähm Aha Was kann ich von dir kaufen Oh 26 Kann ich Sachen verkaufen Da Nehmen wir mal den Glowstick Okay Dann halt Nicht Okay Das ist auch ein Ding Ich dachte ich könnte mir die Begegen mir einen Feig machen oder so Geht's hier doch weiter Ne Also ist es das Ich komme bei dir nicht vorbei Ne Springen kann ich auch nicht Alles klar Guck mal die Tür Ne Komisch Ich hätte jetzt eigentlich Mit ein bisschen mehr gerechnet Aber das war's dann wohl Gut Gehen wir hier mal wieder raus Moin Ja wobei Die andere Seite Könnten wir noch ausprobieren Ähm Okay Das Wäre jetzt auch zu schön gewesen Ah Da geht's nicht weiter Okay Da braucht's ne Sicherung Das ist bestimmt so ne Nebenquest Wo man hier irgendwas machen kann Vielleicht irgendwie Bomben hier Losschicken Geht's auch nicht weiter Boah Diese Türen ey Da auch nicht Okay Ja dann Hätten wir uns gesehen Geh mal wieder So Moin Ah da ist auch noch ne Tür Okay Geh dich weiter Ciao Oh Ich brauch wieder was zum Trinken Okay Okay Ich glaub von da aus Ich bin wir gekommen Ah War das nicht unser Startpoint hier Ja Okay Das war unser Startpoint Ich hab so ein Kleines Gefühl Dass dieses Hier Nicht sehr groß ist Metrostation Hier sind wir gestorben Aber hier Okay Hier kann ich schon wieder Nicht rennen Warum gibt's so ne No Run Zones Aber Okay Hier hinten Ob ich da reinlaufen kann Ne Und sich bei der Wand Okay Dankeschön Dann hätten wir das jetzt mal ohne Übergang geschafft Na was haben wir hier Ah Ja Da schau ich jetzt mal wegen YouTube nicht rein Ich hab's ja nicht Ahnung was da drin ist Und Ach komm Lass mich mal laufen hier Danki Oh Das ist eigentlich ganz nett Ach Und da ist wieder das Medical Ding Und dann wären wir jetzt wieder am Anfang Das ist also Ich glaub hier hab doch Ausdauer Das wird vermutlich genau das sein Ja Das ist unser Metro Lebens Simulator Also High Quality Game Also ich mein Der Metro Sim an sich Hätt Ja selbst mal schlimmer vorgestellt Ist Glaub ich ganz Okayisch Ich geh mal davon aus Das wird recht schnell langweilig Und die anderen strecken Man vermutlich Jetzt nicht großartig anders sein Außer dass so Events kommen Mit Äh Terroristen und so Und dass der Zug hat Ah Da ist der andere Shop Und dass der Zug halt einfach mal Random zum Brennen anfängt Warum auch immer Ich spiel glaube ich lebe eher so Von den Nebenmissionen Oder Anführungszeichen Missionen Aber glaube ich Wirklich viel Tiefgang Muss man jetzt hier nicht erwarten Für zwischendurch Und wenn das Spiel Für 2-3 Euro Gerade mal da irgendwo rumliegt Im Sale Glaube ich kann man sich's mal anschauen Aber das war's Es ist halt ein totes Spiel Da kommen keine Updates mehr Das ist wie's ist Reformenstechnisch Lauft's eigentlich ganz okay Ja Es haut mich jetzt nicht vom Hock Das ist Alle Spiele dieser Art Sind halt irgendwie gleich Nur anders Setting Aber jetzt haben wir's gesehen Jetzt wisst ihr wie's ist Jetzt könnt ihr euch das holen Wenn ihr das haben wollt Oder sagt's Ne das Ist mir trash genug Da langzündig ein Video gesehen habt Wenn's euch gefallen hat Lasst doch einen Daumen nach oben da Und dann bis bald Zum nächsten Abenteuer Hier auf dem Kanal Ciao Ja liebe Leute Das ist leider das Ende von dem Video Wie immer würde ich mich freuen Wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt Wie ihr's gefunden habt Aktuelles zum Spiel Findet ihr hier in dieser Playlist Ansonsten der neueste Upload Hier oben Und wer möchte Kommt auch auf unseren Discord-Server Link ist da rechts oben Gibt auch immer wieder gratis Spiele Und da könnt ihr auch mit mir quatschen Und natürlich der Community Ansonsten lasst ein Abo da Und dann verpasst ihr kein Upload mehr Bis denn dann Euer Brabucher Bis zum nächsten Mal Tschö, tschö, tschö